Das ist ein super Fitnesspark, wo die hier eingerichtet sind. Das war eine wunderschöne Wiese mit einem wunderschönen Baum, Gott sei Dank in der Stadt, aber die haben jetzt einen wunderschönen Fitnesspark eingerichtet. Der Baum ist auch richtig urig. Ein Fels in der Brändung. Und er gibt auch viel Energie von sich. Schön. Und dann halt der Fitnesspark. Hier, da kannst du auch Klimmzüge drauf machen. Da kannst du eigentlich auch, ja, schöne Landschaft, ja. Da kannst du auch, wenn du die drauflängst, auch Bauchübungen machen. Ich warte ein Gerät für das Bauchtraining, ja. Ja, ein Gerät für das Beintraining. Dann Cardio für Beine. Dann muss er die Arme und die Schultern kommen. Ja, ja. Ah ja, okay, ist die Klimmzugstangen, was sind das denn, 16.50m Und auch wieder ein cardio Ding, ne? Nice, he?